Was bedeutet Illuminati? Die Illuminati waren Mitglieder des Geheimordens. Dieser hatte das Ziel, die Elite der Gesellschaft zu bilden und wollte die damaligen Herrscher unterwandern. Eine reelle Bedrohung war er allerdings nie. Aber was bedeutet das? Viele glauben, dass der Geheimordn der Illuminati immer noch existiert. Da man heute das Zeichen, das Auge der Vorsehung, mit ihm verbindet und dieses ein Dreieck ist, erklärt man Leute, in der Nähe Dreiecke sind, heute oft zum Spaß zu Illuminaten. Besonders auf YouTube ist dieses Meme sehr beliebt geworden und taucht meist mit einem bestimmten Sound auf. Die Entstehung Am 20. November 2002 wurde die Internetadresse itanmulli.com registriert, welche auf die NSA weiterleitete. Von da an tauchten immer mehr Artikel, Videos und Kommentare über die Illuminaten auf. Ausschlaggebend war hier auch eine kurze Dokumentation über die Illuminaten von dem YouTuber Delight101. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schaut auf meinem Gaming-Kanal vorbei oder klickt auf die Playlist. Viel Spaß auf YouTube noch und Tschüsschen mit Küsschen. Ciao.